Wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz, Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Ui, man darfst jetzt wieder weinen. Niklas, also deine Mutter ist ja, ja. Ja, ich weiß. Lass uns mal hineingehen. Sie ist nicht ganz dicht im Oberstübchen. Ja, wir gehen einfach mal rein. Ich hoffe, Sie belästigen uns nicht noch einmal in diesen Tagen. Lass uns hineingehen. Ja, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, hier im Hotel Knorz. Hallo. Sie sind sicher die Schulklassen aus dem Putzertal. Ja, ja, das sind wir. Das sind die Schulklassen. Gott sei still. Entschuldigung. Ja, wir haben eben die zwei Zimmer zu reservieren. Die zwei Zimmer, ja genau, die Jungs- und Mädchen-Zimmer. Genau. Oh, aber ich wollte ja gern mit dem Tom in einem Zimmer sein. Nein. Nein, das geht leider nicht, weil, ähm, Jungs und Mädchen sind getrennt. Oh, schade. Ihr seid getrennt. Noch kein Jahr zusammen. Der Tom und die sind nie getrennt, Tom, sag was. Ja, eh. Ja, okay. Nein, nein, war nur Spaß. Ja, und die Lehrers befinden, die Lehrers sind im zweiten Stock oben. Ja, Michelle hier hinten wird euch euer Zimmer zeigen. Ja, der heißt, der heißt Michelle. Ach, tschiii. Ja, Michelle, Michelle ist voll. Ich lache nicht über den Namen. Warum lache ich über jeden Namen? Michenname, 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 Michenname. Sonst fahren wir gleich wieder ab. Wir fahren ab, sind ja im Baranhof. Ja, egal. Also das, dass ich mich selber fürs Zimmer zeigen. Und Frühstück gibt es bis 9 Uhr. Mittagessen gibt es auch ein kleines Buffet. Es gibt auch Muffins zum Frühstück. Muffins gibt es auch zum Frühstück, ja. Ja, ja, juchu. Ja, und es gibt auch Mittagessen bei uns. Abendessen gibt es auch eine Kleinigkeit. Oh, geht eure Vorzüge. Ja, okay. Aber vielleicht könnten wir jetzt einmal dieses Zimmer sehen. Ja, genau. Dieser Koffer ist schon sehr schwer. Michelle, zeig Ihnen Ihr Zimmer. Ich komme. Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderlichen Aufenthalt im Hotel Knorz bei uns. Vielen Dank. Äh, wir, äh, kommen Sie mit, äh, zum Lift. Wir fahren jetzt in den ersten Stock. Also dann, meine Kinder, los geht's. Ja, ähm, das ist das Zimmer der Mädchen. Und drüben ist es... Aber wieso haben die Zimmer 101? Ja, das Zimmer... Wir sind viel besser als wir. Ja, haha. Naja, nie. Zimmer 102 hat einen Balkon. Ha, wir haben einen Balkon. Und das haben wir dir eine dreckige Dusche. Unfair. Naja, und jetzt bitte die Jungs, folgen mir zu Zimmer 102. Ähm, das ist das Zimmer der Jungs, aber... Da sind denn nur drei Betten? Äh, äh, das wollte ich gerade sagen. Das vierte Bett ist leider im Balkon. Wir haben gedacht, ihr seid mit zu dritt. Und... Aber das geht nicht. Ihre Direkte müssen etwas sagen. Unsere Jungs können doch nicht am Balkon schlafen. Ähm, ich schlafe gerne, gerne am Balkon. Ich bin ewig würdig, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich, ich schlafe gerne im Freien draußen am dunklen Gang. Äh, nein, man kann das Bett... Man kann das Bett natürlich auch hineingehören. Alleine? Nein, lassen Sie gut sein, Herr Michelle. Äh, nein, ich trage das Bett wie Marie im Zimmer als mit einem schlechten Gewissen einzuschlafen. Na gut, wie Sie wollen. Naja, jetzt haben wir den Kevin im Zimmer ganz toll. Super, danke. Ich mag Kevin. Ja, komm, du. Also Kinder, ähm, in einer Stunde treffen wir uns unten. Da ging ihr nämlich an der Rezeption, aber da ging ihr nämlich in den Freizeitpark. Wer hat eine Uhr dabei? Ich habe eine Uhr dabei, es ist 5 vor Nase, Herr Direktor. Ich schaue doch einfach auf den Fernseher, wie viel Uhr es ist und dann kommt ihr in einer Stunde wieder her. Fast, ich bin jetzt weg. Ciao. Ja, also ich finde den Vergnübungspark ist schon toll. Ja. Was hast du gesagt? Niklas, ich habe dich da nicht verstanden, Niklas. Ich habe gesagt, der Vergnübungspark ist toll. Ja, das finde ich auch. Aber die Mädchen, die sind schön laut. Ich habe eine Idee. Was denn für eine Idee? Also, wir machen eine Mutprobe. Mann, was denn für eine Mutprobe? Wir schauen bei den Mädchen hinein. Oh, Tom, Tom. Vielleicht sehen wir ja was lustiger. Tom, du Schlaminer, du. Ja, ich weiß noch, ob mein Papi das mag. Ich bleibe hier und mache das alleine. Kevin, kommst du mit? Nein, ich bleibe lieber hier im Bett und ziehe mir die Decke über den Kopf. Geh, geh alleine, geh alleine. Wirklich nicht? Nein, bleibe hier. Erzähl noch was Schönes. Ich bleibe hier und leiste dem Kern der Gesellschaft. Vielleicht läuft dir was Tolles im Fernsehen. Okay, dann gehen wir nichts an. Ja, komm, wir die zwei anderen brauchen wir ja nicht. Vielleicht wird es ein Abenteuer. Ja, vielleicht nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst der Familie gerne ein Abo da und ein Like. Und vielen Dank an Hotel Knorz. Schaut gerne, fahr vorbei. Ist, glaube ich, in der Videobeschreibung beschrieben. Und vielen Dank am Hotel Knorz, dass wir über euch drehen dürfen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Montag und tschüss.